Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2, gespielt auf der Playstation 5. Wir sind mit Abby unterwegs und sind am Versuchen, von der Insel hier runter zu kommen. Die wird gerade von Isaacs und seinen Wulfs angegriffen und das ist jetzt genau unser Vorhaben, hier runter zu kommen. So, jo, praktik, grüß dich. Ja, mir geht's gut, danke, danke, danke. Und dir auch alles okay? Okay, wir können ruhig reden, ne, also das ist jetzt nicht das Problem. So. Ach, ach, guck mal, huch, ach, hängst du da so rum? Ja, ja, okay, komm, wir nehmen das Pferd und hauen hier ab. Danke, praktisch, ja, ja, mir geht's gut, mir geht's gut so weit. Es ist eine Frau, natürlich kann sie reiten. Herrgottseiden, jeder Mann auch. Ach du lieber Gott. Muss ich das hier machen? L2 zum Zielen. Oh Gott, was? Auf, wach, wach, wach. Wächst mein Pferd. Runter. Oh, die Kleine. Die Kleine, habt ihr gesehen? Ich wollte mein Messer drauf tun. Jo. Jo. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, macht ihr mal. Ich hab keine Zeit. Ich hab's eilig. Krass, was Isaac hier angestellt hat, oder? Was der gemacht hat. Ja, wir müssen zu den Booten. Das ist... Oh, Baum. Oh Gott. So. Es geht so. Es geht so. Okay. Ja, lass uns dann reden, wenn du willst. Wir können dann ein bisschen reden, wenn du willst. So. Oh, der schießt den Bogen. Hör auf damit. Oh. Ich... Oh, scheiße. Ich hab's Pferd in den Arsch geschossen. Das wollte ich... Ich weiß ja nochmal, ob ich hier richtig bin, aber... Ich glaub, das ist so ein bisschen geskriptet. Ja, über den Hügel. Das war's mit der Mitfahrgelegenheit. Äh, hast du mein Zeug in den Background geschickt. Was hättest du? Hätte fast mein Zoo... Mein Zug in den Background geschickt. Äh, das sagt mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, nix. Was für ein Zug. Ach. Den Zug. Ja. Okay, okay, okay. Ja, ich, äh, versuch's. Die haben wir voll. Heute ist Bläsen nicht eins. Nee, absolut nicht. Abgrund, okay. Abgrund. 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 Ja, eben hab ich nochmal... Okay. Ja, ich muss hier gucken, dass ich überlebe. Und, und, ne, das ist... Ja, okay. Komm, nachladen. Scheiße, dass der Bogen nicht so effektiv ist. Was sagt wer? Der ist nicht wahr. Toll, sie haben mich gesehen. Soll ich... Soll ich versuch, die zu töten? Oder soll ich einfach nur versuchen, hier durchzukommen? Ich weiß nicht mal wo. Ich will ja gar nicht unbedingt töten. Ich will ihn nur hier durch. Oh, wir können was bauen. Ich denke, wir könnten... Ja, genau. Heilung ist sehr wichtig. Bei meinem... Bei meiner Vorgehensweise ist Heilung sehr wichtig. Sind die tot da? Oh, die sind schon tot. Aha, die wissen es nur noch nicht. Wir sind zwei. Boah. Weiß ich nicht, ob das gut war. Ach, guck mal her. Ich stelle das mal den... Und zack, weg. Ist voll. Ich meine, ich hätte ja noch Molotow... Molotow-Cocktails und sowas, glaube ich. Kann ich noch schmeißen, aber... Ich weiß nicht, wie. Also, müsste ich auch wieder gucken, wie es geht. Hä, wo waren die jetzt da? Hm. Warte mal, ich glaube, man muss die... Mach sie nieder! Wie, was heißt, mach sie nieder? Ich komm dir gleich rüber, du. Hier wird gar nichts niedergemacht. Was die ist, ich einbilde? Der Jojo. Gute Jojo. Servus. Da oben haben wir noch einen. Der weiß aber gar nicht, dass ich starbe. Okay, pass auf. Ich probiere jetzt mal. Was sind das hier? Hab ich doch... Nee. Eine Rohrbombe? Hab ich keinen Molli? Molli? Ich hatte doch Molotow, oder? Hm. Ja, ich weiß mal, Böhmchen da. Komm mal her, Kumpel. Ja? Ja? Okay, so kann man werfen. Hat er... Okay, das hab ich jetzt auch rausgefunden, wie es geht? Haha. Was ist gut? Wir nehmen alles mit. Ihr hört... Ich ja den Hesse raus. Hier, hörst du den Hesse raus? Ja, weil's so ist. Weil's so ist, mein Freund. Weil's so ist. Da sind noch ein paar. Oh, oh, oh. Der geht aber ab wie Harry da hinten. Warte, 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 Kumpel. Du? Aha, du gingst ab wie Harry. Die Sünder. Sorry. Für meine Sünde. Das ist Lilly. Das ist Lilly. Hallo, hallo, hallo. Von wo? Ach, das... Hä? Was sind noch mehr? Wo kommt ihr jetzt her? Moment. Die Machete war doch... Ja. Ah, ha, ha. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Moment. So. Jetzt geht... So, wow. Okay. Ja, ich komm, ich reiß drauf. Wir gucken, dass wir hier durchkommen irgendwie. Aber den Hügel hoch. Die haben gesagt, ich soll den Hügel hoch. Die sehen mich doch da. Oh, da komm ich hier rum. Ah, da sind zwei. Ich will die nicht umbringen. Nicht, wenn es das sein muss. Kann man hier nicht rennen? Ich renne jetzt einfach. Was? Was? Was für einen anderen Weg? Hm? Okay, gut. Wer weiß, jetzt war ich mal mutig. Ich bin gerannt. Und was passiert? Sackgasse. Oh, Mann. Ja, so ist es, ne? So, der Toto. Was hast du geschrieben? Was finde ich geil? Bin selber ein Frankfurter Bub. Oh, okay. Also, so ein offizieller Frankfurter Bub bin ich ja nicht, ne? Ich komme ja ursprünglich aus Offenbach. Und musste leider nach Frankfurt als Entwicklungshelfer. Machen wir einfach das. Das macht das Spiel auch gut. Okay, danke, danke. Dann, oh Gott, ich muss balancieren, ne? Das. Au! Ebi, ich habe keine... Ja, dann müssen wir jetzt hier rüber. Komm. Ich habe aber auch ein Glück. Oh, oh. Ja, wenn du mir sagst, wo? Muss ich hier runter? Ich muss hier rüber, oder? Ah! Okay. Toll, nur? Jetzt ganz runter, oder? Ja, ja, ja. Aha, wie ich wusste. Wie ich wusste. Okay, kurze Pause. Was hast du geschrieben? Ah, jetzt macht er sich unbeliebt. Nee. Das war's alles gut. Ach, Quatsch. Ich war schon unbeliebt. Alles gut. Humor muss sein. Spaß muss sein. Alles okay. Komm, 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 komm. Mach hin, Ebi. Wir haben eine Arbeit. Au! Ebi! Ach, Mann. Ja, die, guck mal, die greift das Holz an, was klüht, weißt du? Oh, fuck. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Beeil dich. Ja, genau. Hol uns Rückgrat raus. Aua! Au. Au, zwei Stück. Echt, das ist unfair. Lass das. Aua. Und, hast du gemerkt, ne? Sichel im Hals. Tut weh, ne? Auf. Der lebt noch. Ja. 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 Jetzt haben wir es. Komm, auf, gib ihm. Nochmal, fest. Nein. Boah, was der aushält, du Monster. Ich drück doch, ich drück, ich drück. Ich drück. Toll. Toll. Ganz toll. Habe sie gut gemacht. Gut gemacht. So ne Scheiße. Was? Ich muss halten. Und jetzt, du zerstischen, zerstischen. Stische. Was ein Monster, du. Leck mir fett. Was der Scheiße. Ja, ja. Alles gut. Wo ist mein Rucksack? Okay, haben wir nicht mehr. Jetzt müssen wir hier raus. Komm, weg. Hört auf. Wo ist denn der Kleine? Da. Die Kleine. Das ist ja ne Die. Oh. Da ist ein Boot. Genau. Jetzt müssen wir hier runter von dieser Kackinsel. Die Götze. Servus, Götze. Gute, grüß dich. Das haben wir im Monster, du. Abby ist schon echt cool. Ist sie, ist sie. Muss ich gestehen, Abby. Ne? Man kennt sie ja. Ne? Man kennt ja Abby. Ne? Und ich meine, sie hatte ihre Beweggründe, Toll zu töten. Ne? Aber trotzdem, Abby ist halt Abby, ne? Sie hat doch ihre guten, guten Seiten, ne? Wenn du... Er, ein Er. Er will keine Lilly sein. Ey, genau. Genau. Servus, Götze. Ja, richtig. Der Woll, also sie, wollte ja kämpfen. Und bei denen im Dorf ist es, oder die Religion lässt es ja nicht zu, dass Frauen irgendwie kämpfen. Glaube ich, so war das gewesen. Und deswegen hat sie sich eine Klatze rasiert und wollte als Junge dastehen und dass sie kämpfen kann und sowas. Ja. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. So irgendwie. Sie hat nichts anderes gemacht als die mit Ellie. Ja, eben, genau, ne? Du redest von Abby. Und, ja, wie gesagt, ich hab's ja vorher schon in den Parts schon nochmal ein bisschen beschrieben, wie ich drüber denke. Weil Ellie und Joel, wenn wir mal ehrlich sind, ich kann's doch nochmal sagen, sie haben auch Leute getötet. Und dass die irgendwann mal an die Falschen kommen, ne, war ja auch irgendwo mal, äh, auch zu sehen. Ne, und das war halt, äh, der Doktor, ne, der am, der am Schluss, also im ersten Teil, äh, Ellie töten wollte. Oder musste gegen das Heilmittel. Und, naja, jetzt halt jetzt rächt sie sich halt, ne. Ich mein, Ellie, Ellie macht's ja nicht anders da. Ja, ne, sie will sich ja auch rächen, also von daher. Gut, wo sind wir denn jetzt? Im Aquarium, oder was? Aquarium. Ach, ist doch hier Freund. Oder möchte gern Freund. Ist der denn überhaupt noch hier? Weil der ist ja auch fahrenflüchtig, ne? Was hier Ding angeht. Bei, bei den Wölfen da. Ich hab keinen Rucksack mehr, ich hab keine Taschenlampe, gar nix, gar nix. Alles auf der Insel zurückgeblieben. Ohn, genau, ohn, heißt er. Wie war ich ausgezogen, um zusammen mit Viara? Richtig, richtig. Das fand ich auch so schrecklich, wo, wo, äh, Ellie hier den Hund getötet hat. Das, boah, das geht gar nicht, da ging mir, da ging mir, eiskalt ist mir's da am Rücken runtergelaufen. Mein Gott, das ist nur ein Hund, ne? Er befolgt Befehle. Liegt hier noch der Arm rum von seiner Schwester als Andenken für ihn? Äh, ne, ist immer da. Was, ich halte meinen zwei Hunden an der Stelle die Augen zu. Oh, Mann. Ja, aber es ist schon, ne? Also, ist schon, äh, ist schon traurig, die, die Szene da. Äh, es ist halt auch irgendwo traurig, ne, dass da immer irgendwie Tiere mit reingezogen werden müssen. Das ist, keine Ahnung. Muss nicht sein. Ne, man hat ja beim Spieleentwickeln die Chance, alles so zu machen, wie man will. Und das finde ich ja schon ein bisschen traurig. So, was haben wir in 20 Minuten? Ja, wie gesagt, die Parts für YouTube gehen circa 40 Minuten. Und ihr könnt ruhig da bleiben, also, ne? Ich nehme nur auf für YouTube und mache Arbeit danach gleich, äh, gleich weiter, ne? Der Stream läuft weiter, nur, dass die Neuen, die halt jetzt dazukommen sind, dass ihr das wisst. Ihr könnt auch gerne einen Follower da lassen, wenn ihr möchtet, würde mich freuen. Hilft ein bisschen, ne? Zeigt mir, dass man alles wichtig macht. Danke. Danke. Danke, Götze. Danke dir. Abby. Abby. Erledigt. Erledigt. Jojo, gleich hinterher. Jojo, danke dir. Dir auch. Auch. Auch erledigt. So muss sein. Danke euch. Danke dir, Jojo. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, heute Abend wird vermutlich noch ein bisschen Raff kommen mit dem Onyx, live. Ne? Wenn ihr Bock habt. Und... Mal gucken, vielleicht machen wir da danach noch ein bisschen Subnautica. Schauen wir mal. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Was machen wir, wenn wir ihn finden? Genau. Ja, 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 okay. Jetzt, jetzt verstehe ich den Zusammenhang auch wieder. Okay, okay. Licht ist an. Alles okay, Lev? Ja. Ist das vielleicht ein bisschen zu leise oder so? Ich mach mal grad ein bisschen lauter. So. Okay. Such weiter. Ich bin dann jetzt aber auch schon wieder weg. Jo. Bin soweit noch nicht. Mach später erst weiter. Ach, du spielst das Spiel auch und willst dich nicht spoilern lassen. Ne? So hab ich das jetzt verstanden, Jojo. Jojo. Ja, ja, okay. Alles klar. Kann ich nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen? Würde mich halt freuen, deinen Namen wieder mal lesen zu dürfen. Bei Gelegenheit, gell? Und viel Spaß beim Spielen, ne? Gutes Durchkommen und Gelingen. Und danke nochmal für dein, äh, für dein Follow. Danke dir. Ich bin da sicher. Wie wird das jetzt in der, ne? Vorbereitend. Mach das, mach das. Hier war jetzt erst einmal nichts. ich hier irgendwas übersehen wir müssen außen rum irgendwie kommen wir kommen wir nicht weiter gerne doch heute noch alles klar vielen dank ihr auch gern ja auch kommen wir hier von kommen hier vielleicht da hier mal her kleiner mann hilf mir mal oder kleine frau man lasst die leute runter ja das ist halt schade dass wenn ein paar leute kennenlernen sie sehen ein stream und dann spielen sie auch das spiel und wollen sich nicht spoilern was ich ja nachvollziehen kann aber irgendwie ist es dann auch so dass du kaum zugschauer generieren kannst oder überhaupt eine community aufbauen kannst du wie das irgendwie dann machst du es auch verkehrt aber ist halt so so kann man mal auf vier die hütte gehen rein hier draußen ist scheiß wetter mal doch das funkgerät sind jetzt ja ja er bb hat elli hat sich gut vorbereitet die kennt euch er hat uns verfolgt er hat uns verfolgt ach die redet von tommy ne tommy die meint tommy vorsichtig äh gucken ist hier nicht nah hm ok ja trotzdem das ist schon ein hammer spiel ich würde gern die serie gucken äh die läuft ja bei wau ne also wow aber ich will nicht extra da ein abo machen dass ich die serie angucken kann ein tommy von elli weiß sie zu zeiten ok weg von den sachen ich sagte weg da nix hatten die sich nicht getroffen ach ne quatsch ja 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 du hast einen großen dreh dich ja nicht um auf den boden tötest du mich wie ein feigling jünger die ein paar ehren wau oh das war hände hoch oder ich erschieße ihn auf mach es bloß nicht elli was steh auf sofort halt die fress du ok stopp stopp waffe runter waffe runter schick sind gesehen ja wusste aber nicht wer das ist er hat alles getan um mich zu retten wegen mir gibt es keine heilung du bist hinter mir her ok 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 lass ihn gehen ok gütze danke du hast meine freundin getötet wir ließen euch beide am leben und das war umsonst nein nein du bist nicht von mir au Tommy jetzt hat die beide abgeknallt hier hat Tommy getötet ne ich glaub Tommy lebt noch ich glaub Tommy lebt noch aber der Asiate ist tot oh Gott müssen wir sie finden aha yo yo elli lass das renn wir ja nicht weg doch tut sie wo bist du jetzt müssen wir elli elli bekämpfen wow ah hallo oh scheiße ohhohohohohoh nein 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 du bist die ganz gern verprügeln komm her elli egal du müsstest jetzt auch die beißt die beißt die beißt ich bin doch ausgebild ich hab zu spät gedrückt so ne kacke so ne scheiße komm nochmal ah ist geil oder ist richtig cool L1 komm ich weich doch aus komm 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 mach ich doch jetzt hat die noch ne ja ja gut jetzt hat die noch ne schrotflinte schrotflinte komm her komm mal die flasche so die haue ich dir jetzt an die schädel in die fresse nein in die fresse und dann haue ich dich komm her nee komm bleib mal stehen bleib dir jetzt mal stehen nein nein oh fuck jo nein boah ins Gesicht oh scheiße die hat das gemerkt Mist ich muss sie von hinten erwischen gell ich muss sie einfach von hinten erwischen hm fuck da ist er so musst du zurück ins Gesicht aber was die kleine aushält ne mit ihren Spargelärmchen Spargelärmchen ne 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 komm 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 aber die hält ganz schön was aus die kleine ne wo bist du jetzt hat sie sich versteckt jetzt hast du Angst jetzt hast du Angst da hinten kleines Miststück die hat immer noch die Knarre das kann doch nicht wahr sein ich wollte sogar ich läd doch nach hm witzel witzel okay das ist doch jetzt ein witz okay gut äh wo ist denn jetzt achto jawohl na komm ja ach die legt Bomben okay nochmal die legt Bomben dahin aber jetzt Leute aber jetzt äh hat ihr jetzt mich gesehen oh fuck die legt wieder ne Sprengfalle die legt wieder ne Sprengfalle Abby das ist äh Ellie das ist nicht gut was du da machst die legt wieder ne Sprengfalle oder oder im in im in 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 Das kann doch nicht wahr sein. Nein! Och, komm, ey. Das ist ein Witz, oder? Wie geht das so? Ich meine, äh... Guck mal, die war doch für eben voll abgelenkt. Ich hätte der doch... Der muss sich auf diese Bomben schmeißen. Das glaube ich jetzt aber nicht. Ich muss sie doch erwischen. Ich habe doch nichts anderes gemacht. Ich habe doch nichts anderes getan. Aua. Au, das, au, das hat schon wehgetan. Und rin ins Gesicht. Und noch mal. Und ruf, und ruf, und ruf. Oh. Da kommt die Schwester. Au, au, au. Au. Stopp. Au. Jetzt kannst du riechen, wo du hinläufst. Sie hatte nichts damit zu tun. Oh mein Gott. Sie ist Sparger. Krass. Gut. Abby. Äh, ja, Ellie hat ja auch vor der anderen keinen Halt gemacht, ne? Die war ja auch schwanger, aber das war dann mehr eine Notwehrsituation, aber trotzdem. Ne, von, äh... Wie heißt der einer, der das Boot da hat? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Na, Abby, ihr Ex-Freund da. Und ihr, die Frau. War ja auch schwanger. Komm halt nie wieder unter die Augen. Ah, siehste, Abby will es gut sein lassen. Ne? Okay. Aber ich glaube, Ellie hört nicht auf. Die will, die will noch ihren Rachefeldzug weiter durchführen. Krass. Ha, schon krass, oder? So. Ein geiles Bild. Die haben das jetzt sein gelassen, gell? Aber ich glaube, der, wo jetzt... Was? Die Tränen, ja, ist er gar nicht. Der, wo jetzt, äh, Druck macht, ist, glaube ich, Tommy. Tommy macht jetzt Druck. Hey, Kumpel. Was ist los? Ach Gott, darf ich jetzt babysitten? Ja, ist okay. Alles gut. Das ist ja echt so ein kleiner Hungerhaken hier, die Ellie. Okay. Okay. Okay, wir gehen mal noch nicht runter. Ich denke, dass wir das müssen. Wir gucken mal hier so ein bisschen rum. Was haben wir denn? Oh, guck mal, ein Spiegel. Gucken mal. Hm. Wer ist der, siehste Junge? Hm? Mhm. Okay, siehste. Guck mal hier. Okay. Hey, du magst diese Typen was? So. Die haben witzige Frise. Okay. Ja, Leute, wie schaut's aus? Wir machen jetzt folgendes. Wir sind fast fast bei 40 Minuten. Wir beenden den Part. Und machen wir beim nächsten Mal weiter. An der Stelle sage ich erst mal fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vergesst Likes nicht, Kommentare eventuell. Bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.